Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Multiplayer-Ankündigung. Und zwar machen wir, das ist jetzt ganz kurzfristig, aber bei heute ist es so, da findet man die Spieler ja eigentlich auch kurzfristig. Wir wollen morgen eine neue Multiplayer-Runde starten, aber nicht irgendeine. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und zwar habe ich mir die Mods wieder angeschaut und habe überlegt, welche Mods können wir jetzt zusammenpacken, die das Spiel flexibler machen. Ich habe das Gefühl, dass es so ein sehr starr ist im Moment. Und ich habe jetzt ein paar Mods gefunden, die das tatsächlich ermöglichen und habe mich dann entschieden, daraufhin eine Multiplayer-Runde zu planen. Ich habe genau genommen drei Mods reingenommen. Alle drei Mods ermöglichen euch, eure Nation individueller zu spielen, als es vorher der Fall war. Und einer dieser drei Mods, den seht ihr hier so auf dem Bildschirm so ein bisschen auch, tut sogar ein Nachschubsystem in das Spiel einbauen. Was ganz genial ist. Also da hat sich jemand wirklich sehr kreativ Gedanken gemacht, wie können wir Nachschub in das Spiel einbauen, realistischen Nachschub. Und ich denke, er hat das auch gut hinbekommen, zumindest als ich bisher immer mal in Probedingern sehen konnte. So, fangen wir an mit den drei Mods. Ich stelle die kurz vor und dann kommen wir zu den Details zur Multiplayer-Runde, wer mitmachen will. Oder einfach nur, wenn ihr dann zuschauen wollt, wenn ihr wisst, woran wir sind. Also drei Mods, wie gesagt. Fangen wir mit dem uninteressantesten Mod vielleicht an, obwohl der auch noch gut ist. Das ist einmal der hier unten. Der gibt euch Focus-Trees. Ein paar Milliarden davon. Also ich habe wirklich einen Focus-Tree zu allem, wenn ihr so wollt. Also diesen Continuous-Focus. Ich habe die normalen hier oben immer noch. Und dann habt ihr aber diese Continuous-Dinger, die euch zielgerichtet Sachen buffen lassen, was ich einfach als sehr realistisch auch empfunden habe. Und zwar könnt ihr euch sagen, ihr tut politische Power jetzt eintauschen gegen, was weiß ich, Recruitment zum Beispiel. Also hier vorne einen Bonus kriegt. Also wenn ich das jetzt mache, dann würde ich 30% schneller meine Einheiten auf dem Feld ausbilden. Ja, dass ihr schneller hinkommen. Und so weiter. Und was ja sonst noch so ist. Also das ist tatsächlich, ihr nehmt politische Power in die Hand und könnt halt kurzfristig Sachen hier buffen. Sehr flexibel. Also halt kurzfristige Sachen. Die schaltet ihr nicht frei. Die macht ihr nur an oder aus. Warum die jetzt Recruitment 2 und 1 haben, weiß ich nicht. Eventuell braucht man verschiedene Dinge, um die freizuschalten. Eigentlich würde man ja dann direkt immer drei nehmen. Wie sicher, ob es da drei Level von gibt. Weil eigentlich könnt ihr die ja alle anklicken. Ich vermute mal, dass da Begrenzungen irgendwo gibt. Wie sicher, ob man die alle anklicken kann. Man könnte am Anfang Schwierigkeitsgrad wählen. Das ist aber, glaube ich, für den anderen Mod. Die Leute werden wahrscheinlich immer das Dreier dann anklicken. Keine Ahnung, ob man hier drei Versionen hat. Aber vielleicht hängt das wirklich von der Nation ab. Vielleicht können noch nicht alle Nationen alles da freischalten. In jedem Fall könnt ihr hier flexibel jetzt Einfluss nehmen auf euer Land. Was ihr halt haben wollt. Nicht sicher, was Master Impact ist, ehrlich gesagt. Also alles davon kenne ich sogar nicht. Monthly Population Zuwachs 50%. Naja, ihr könnt euch da was aussuchen. Und das ist halt eine für schöne Sache. Insbesondere hier unten, das finde ich halt gut. Das ist halt gesagt, hier vorne wollt Army Experience oder Naval Experience, gerade fürs Early Game. Die Sache ist halt die, wenn ihr das anklickt, könnt ihr halt andere wichtige Dinge nicht freischalten. Das heißt, ihr habt wirklich politische Power jetzt, die sinnvoll investiert werden kann in viele verschiedene Sachen. Also entweder, wie gesagt, hier unten in was, was ihr vielleicht kurzfristig braucht. Hier oben diese komischen Ereignisse. Oder eben jetzt auch, und das ist auch neu in den Mod, hier unten in die Sachen. Und zwar habt ihr hier vorne neue Dinger, die ihr wählen könnt. Ganz, ganz viele Sachen könnt ihr da auswählen. Die bedeutendsten sind hier unten in der Leiste drin. Das ist zum Beispiel mal ganz in Butter, ja, als Deutscher. Und dann habt ihr eben solche Zeugs da drin stehen. Das heißt, politische Punkte könnt ihr noch mehr investieren als vorher, weil diese Additional Effects hier unten alle neu sind. Und dann sind das Sachen, die auch sehr viel euer Gameplay beeinflussen können. Was weiß ich, zum Beispiel Mobile Warfare könnt ihr zusätzlich forschen zu dem, was ja nochmal im National Tree gibt. Das heißt, die Spezialisierung der Einheiten ist jetzt viel einmaliger. Im Extremfall könnt ihr ja wirklich machen, dass eure Panzer einfach mal 20, 30% schneller sind generell als die gegnerischen. Ja, da vielleicht eine bessere Defense dafür oder irgendwas. Dann könnt ihr schöne Einstellungen vornehmen. Aber die politische Power teilt euch eben mit dem normalen Focus Tree und eben mit diesen Continuous Sachen hier unten. Das ist ja wirklich eine super Interaktion, wie ich finde. Und hier unten gibt es nochmal Extended Resources. Da könnt ihr ja auch nochmal Sachen ändern, ne, Low Fission C, High Fission C, was auch immer. Oder hier nochmal für das Skriptment nochmal einen extra Push geben. Also da könnt ihr halt schön ineinander bauen. Und wieder, es kostet politische Punkte. Also politische Punkte in dem Spiel ist es tatsächlich eine große Variabel. Also das ist vielleicht auch deshalb interessant, weil gerade die Achsen am Anfang einfach, aber auch jeder später, der kann, einfach jedem den Krieg erklärt, weil politische Punkte so wertbefreit im Spiel sind, dass ihr halt die einfach opfern könnt, um Kriege auch kleinen Nationen zu erklären. Das heißt, das wird zusätzlich noch dazu führen, dass sich vielleicht die Länder überlegen, wann sie wen den Krieg erklären. Also will Deutschland wirklich auf ganzem Butter verzichten für einen richtigen Zeit, einen langen Zeitraum, nur weil es jetzt Dänemark erobern muss, ja, oder die Schweiz. Ne, das sind auch solche Sachen, die da nochmal interessant dazukommen. Also das, das sieht nach wenig aus, hat aber viel Einfluss, denke ich, aus Gameplay und einen sehr schönen Einfluss. So, jetzt kommt aber der größte von den Mods, der den größeren, weit größeren Einfluss haben soll. Und das sind drei neue Ressourcen plus ein Nachschubsystem, die damit einspielen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel diese, diese Baumstämme und das Futter und so. Also da sind die neuen Ressourcen, die dazu sorgen, die in das Supply-System übergehen. Ich zeige euch das Supply-System mal. Also wenn ich jetzt hier eine Einheit habe, oder machen wir es vielleicht mal hier vorne. Also jeder Einheit, die ihr habt, die braucht jetzt, hier unten, braucht die jetzt Munition, leichter Ammo, Heavy Ammo und Treibstoff. So, wenn ihr jetzt mal hier guckt, ich nehme mal mit der Maus da drüber, dann seht ihr halt eine Infanteriedivision, die ich jetzt baue, oder Brigade, ist das in dem Falle. Die braucht zum Beispiel 20 Treibstoff. Worum die Treibstoff braucht, weiß ich allerdings nicht. Das ist ja bei Infanterie sehr doof. Wahrscheinlich, weil da ein Krat bei so einem Schwimmwagen. Aber 20 ist auch nicht viel. Und wie viel braucht die halt minimal Treibstoff? Die braucht Rations, also Rationen, das ist das Futter. Die 125 und sie braucht halt eben Light Ammo. Und wenn sie das nicht hat, kriegt sie verschiedene Nachteile. Von höherer Attrition, bis langsamer Laufen, bis schlechter Kämpfen, was auch immer. Diesen ganzen Zeugs. Das heißt also, ihr habt tatsächlich jetzt, also ihr habt immer noch Supply Use, den ihr auch braucht. Ja, und das ist nicht allgemeine Nachteile. Aber ihr habt auch spezifischen Nachschub, den ihr braucht, damit ihr ja nicht gewisse Nachteile habt. Und wie das designt ist, ist es halt jetzt einfach, dass wenn ihr euch das Nachschub Zeugs anguckt, dass die Kampfwerte mitbringen. Also immer die Leicht Ammo hier zum Beispiel. Die Leicht Ammo bringt zum Beispiel Defense und Soft Attack mit, ja. Ihr habt ja einen gewissen Umfang auch in der Division drin. Wenn das Zeug jetzt fehlt, dann fehlen natürlich auch diese Werte, plus ich kriege nochmal einen allgemeinen Nachteil in der Division. Das heißt, das ist wirklich relativ realistisch designt. Und die sorgen jetzt dafür, dass dieser Nachschub auch regelmäßig aufgebraucht wird durch dieses komische Attrition-System im Spiel. Und wenn ihr jetzt bedenkt, dass ihr hier nur Reliability 25% habt für die Leicht Ammo, bedeutet das einfach, die wird zwar jetzt nicht durch Kampf abgenutzt, sondern durch Marschieren. Das ging aber leider im System nicht ja wohl anders. Aber das bedeutet halt faktisch, dass ihr wirklich euren Nachschub verbraucht, wenn die Armee sich halt bewegt. Zugeben, ihr verbraucht halt Munition, wenn ihr euch bewegt. Aber er muss ja, glaube ich, ein paar Abstriche irgendwo machen. Dennoch, die Attrition hier von dem Zeug ist halt massiv höher, sodass ihr das Zeug wirklich im größeren Umfang regelmäßig verbraucht. Insbesondere, wenn ihr halt in der Offensive seid, wenn ihr marschiert und so weiter. Sodass es halt wirklich auch das relativ gut simuliert. Abgesehen davon, wie gesagt, dass das Ammo ist, aber für Treibstoff halt realistischer. Und so gilt das halt auch für die anderen Sachen, die ihr herstellt. Also Rationen zum Beispiel, wenn eine Maus drüber geht. Reliability 50%, das heißt also, wenn ihr da marschiert, verliert ihr die auch relativ viel. Wenn ihr die herstellen wollt, seht ihr, braucht ihr Grain zum Beispiel, Kohle und Holz dafür. Wahrscheinlich, weil das in Holzkisten verteilt wird und Kohle ums Kochen, keine Ahnung. Und so funktioniert halt das Spiel insgesamt. Heavy Ammo braucht ihr typischerweise, wenn ihr halt Adelreh mehr spielt. Dann müsst ihr halt gucken, dass ihr auch genug Stahl und Kohle immer zur Verfügung habt, was genügend Umfang produziert. Also wirklich schön simuliert. Also ihr könnt so viel Adeldreh bauen, wie ihr wollt, wenn ihr keine Heavy Ammo dazu habt. Dann ist es halt relativ dumm, weil die da nicht schießen tut ordentlich. Software Tech 12 ist ein ganz hoher Wert für so ein Ding. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist insgesamt ein sehr gutes System. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch noch verbessern kann hier. Das wäre auch komisch gewesen. Das heißt, wir haben wirklich ein Nachschubsystem, was relativ gut funktioniert. Ob das jetzt gut gebalanced ist, müssen wir später nochmal gucken. Also Treibstoff zum Beispiel braucht Stahl und Öl. Das erscheint mir jetzt ein bisschen komisch in der Kombination mit dem Stahl. Aber trotzdem, da müsst ihr halt jetzt gucken nachher, was ihr halt dann, wie eure Wirtschaft mit den Politikpunkten ausbaut, wie ihr vielleicht Gebäude ausbaut und so weiter, damit ihr auch genug Rohstoffe ran kann, damit die versorgt sind, die Truppen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes System insgesamt. Plus eben, diese Versorgung ist ja Gerät und alles. Da gibt es ja nochmal andere Sachen, wie man das ein bisschen buffen oder verhindern kann, dass der Gegner das halt in ordentliche Masse bekommt. So, dass wir da auch ein bisschen mehr Attrition-Krieg jetzt haben. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Bombardierungen mache, strategisch in den Sektors, die Infrastruktur kaputter. Dann kriegt der weniger Gerät rein und dass es auch, dass es langsamer reinkommt in so ein Zeugs. Das spielt alles da mit rein. Also das ist wirklich, glaube ich, ein hübsches Design. Ob jetzt Treibstoff wirklich Stahl braucht, über solche Sachen kann man streiten. Aber es ist auf jeden Fall, dass es in die richtige Richtung geht, dass wir jetzt ein Nachschubsystem haben. So, wenn man jetzt diese ganzen Features halt zusammennimmt, auf einen Haufen quasi, dann denke ich mir, dass das Gameplay interessanter wird. Dass das Ziel von dem Mod-Macher, hat er auch geschrieben, ein bisschen war, dass ihr mehr einen Krieg um Attrition habt, als mehr einen Krieg, also das System, das jetzt aufgebaut ist, ein Abnutzungskrieg, wie heute aufgebaut ist. Und mit diesen neuen Mods habt ihr einen Krieg um Ressourcen, was ja eigentlich auch so ein bisschen der historische Fokus damals war. Das heißt, jetzt müsst ihr halt wirklich, werden Kriege wahrscheinlich eher auf Ressourcenbasis geplant, als auf Abnutzungsbasis geplant. Ich weiß gar nicht, ob er die anderen Dinger auch angestellt hat, die Attrition, ob er die reduziert oder erhöht hat für ein normales Gerät. Müsst ihr nochmal nachgucken. Reliability 90%. Ich weiß gar nicht, ob das ein Standardwert war. Müsst ihr mal nochmal nachschauen. In jedem Fall ist jetzt der Ressourcenkampf viel, viel wichtiger als vorher, weil halt viel mehr Werte von dem Ressourcenkampf jetzt abhängen. Guck gerade, Defense, ja. So, weswegen wir jetzt einfach vielleicht auch mehr, mehr strategische Kriegsführung sehen, im Sinne von, ihr müsst halt einfach mal Madalaska einnehmen, um das Öl zu holen zum Beispiel, ja, oder so. Und ihr wollt vielleicht hier unten bei Italien, ich vermute mal, ich kann mir die nicht angucken, die Ressourcen, ihr vermutet, dass hier besonders viel Futter ist, ja, auf der Insel, ständig der Fall zu sein. Aber es lohnt sich ja, gewisse Sachen zu erobern, die ihr vielleicht vorher nicht angeguckt habt. Einfach, weil es da Ressourcen gibt, die ihr jetzt neuerdings braucht. Was braucht man denn jetzt noch hier als Deutschland am Anfang, wenn ich gerade mal reinschauen darf. Die scheint eigentlich mit den Ressourcen gut klar zu kommen am Anfang. Aber ich denke mal, dass das ganze Handelssystem jetzt auch ein bisschen umgekrempelt wird, dass ihr einfach, also ihr könnt halt Ressourcen ein- und raushandeln, die vorher vielleicht nicht relevant waren, so dass manche Länder, was weiß ich, die viele Ressourcen bei irgendwas haben, also vielleicht gibt es ja irgendwie Indien, könnte ich mir vorstellen, dass sie eine Menge Futter herstellen zum Beispiel. Ja, dass die jetzt ganz viel mal Fabriken von allen Ländern eingehandelt bekommen, weil die einfach Futter importieren müssen, andere Nationen, ja. Oder halt so wie Briten. Wenn man denen jetzt die ganzen Convoys raidet, dann ist das für die jetzt noch viel gravierender schlimm, als das vorher der Fall war. Ich vermute mal, dass die relativ wenig Nahrung in Land herstellen werden. Ich sehe auch gerade jetzt hier auf dem ersten Überblick, dass sie gar kein Holz vor Ort haben. Oder bilde ich mir das nur ein? Ja, die Engländer scheinen zum Beispiel ein massives Holzproblem zu haben. Was wahrscheinlich, ich glaube Holz braucht man aber jetzt nur für diese Crates, für die Ammo, oder? Obwohl nur ist ja gut. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für die Infanterie-Spam zu unterhalten. Heavy Ammo, die brauchen Kohle und Stahl. Rationen brauchen ein bisschen Holz. Grain und Light Ammo brauchen halt, die brauchen auch kein Holz. Ne, das war nur bei Rationen. Nicht, woher wer sonst noch Holz braucht. Brauchen Truck-Holz. Brauchen Flugzeuge Holz jetzt. Es gab ja bei den Engländern ein Holzflugzeug. Aber ich bin jetzt gerade bei den Deutschen drin. Aber hier scheinen die Ressorts nicht geändert zu sein. Es scheint nur den neuen zu sein. Das ist eigentlich schade. Hätten die gerne noch ein paar Sachen dazuschreiben können, meiner Meinung nach. Das wäre vielleicht übertrieben gewesen, wenn der jetzt Moskito aus Holz herstellen kann. Vielleicht kann er das auch. Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube nicht. Also Holz scheint nur für die Ammo-Kisten da zu sein. Und das, naja trotzdem. Also wenn er null Holz herstellt, den muss er halt irgendwo herbekommen. Aber war das für die Ammo-Kisten? Für die Rationen zu sein. Das heißt, wenn er viel Infanterie unterhalten will, dann muss er halt die Rationen für die Infanterie herstellen. Und der Engländer hat halt kein Holz, das er herstellt. Dann kann er wohl keine Kisten herstellen. Dann muss er halt irgendwo herbekommen. Und das sind halt jetzt Key-Ressourcen für den Engländer zum Beispiel, sich zumindest einen Holzvorrat irgendwo zu sichern. Oder eine Trade Route, ein Konvoi aus Amerika, der regelmäßig Holz ranbringt. Und so wird das halt ein bisschen taktischer, das Ganze. Und strategischer. Und ich glaube, dass das ein witziges Spielchen werden könnte. So. Da sind die ganzen Neuerungen da drin. Also wirklich nur die drei kleinen Mods, aber die dann das Gameplay hoffentlich verändern. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet damit einsteigen in die ganzen Geschichte. Wie gesagt, es gibt, jetzt sage ich euch Termine. Morgen geht's los, also am Samstag. Und zwar mal morgen von 15 Uhr bis 23 Uhr. Und am Sonntag von 15 bis 23 Uhr. Das heißt, wir spielen quasi Samstag und Sonntag. Und danach, wenn das dann noch nicht vorbei ist, die Runde, geht's einfach jeden Dienstag, jeden Donnerstag von 20 bis 23 Uhr. So, dass alle, die arbeitstätig sind halt, um 8 Uhr auch frisch dann eintreten können. Dass es nicht zu lange geht für den nächsten Morgen. Also von 20 bis 23 Uhr Dienstag und Donnerstag und dann regelmäßig Sonntags und 15 bis 23 Uhr. Den Samstag habe ich mal rausgelassen, muss ja mal einkaufen gehen. Und sonntags dann auch regelmäßig um 15 bis 23 Uhr. Ich kann das auch gerne mal dann morgen für die Spieler sagen, die mitmachen. Teamgeschichten. Ich habe früher mal diese Theorie gehabt, wenn ich mir die Spielstunden bei Heu, bei Steam angucke von den Spielern, weil ich faire Teams machen kann. Das hat sich als Riesengriff ins Klo erwiesen. Das funktioniert gar nicht. Ich mache das jetzt allerdings auch nicht, wie ich das letztendlich bei dem einen oder anderen YouTuber gesehen habe, die ihr K.O. Team gehen und dann roffelstoppen über ihm und drüber laufen. Ich gucke mal, dass wir die Teams, wie gesagt, fair gestalten. Aber ich mache es nicht mehr an den Spielstunden fest, weil das einfach nie funktioniert hat. Ich gucke einfach, welche Spieler ich schon kenne. Die werden auch bevorzugt, weil ich das einfach besser einschätzen kann. Und ich weiß, man kann sich auf die verlassen. Und dann frage ich die Leute, wie sie sich einschätzen. Und dann gucke mal, dass wir dann die Teams so einigermaßen fair hinkriegen. Das ist zumindest mein Ziel am Schluss. Ja, und wie machen wir das jetzt organisatorisch? Jeder, der mitmachen will, ich frage natürlich, wie gesagt, erstmal in der Bekanntenliste hier. Jeder, der mitmachen will, der soll sich einfach mal in meinem Discord melden. Also Mikrofon, so braucht ihr auf jeden Fall. Also ich laufe heute wahrscheinlich noch im Discord rum, morgen vielleicht auch. Ihr kommt einfach in den Discord und dann schreibt ihr einfach rein, was mitmachen wollt. Vielleicht auch auf welches Land und ungefähr, wie viel Spielerfahrung ihr habt, wie ihr euch einschätzt für eine Multiplayer-Runde. Und dann werde ich einfach den einen oder anderen nochmal persönlich anschreiben in den Discord. Also mich nicht anlabern den ganzen Tag, dann gehe ich am Rock, wenn dann 30 Mann kommen. Aber einfach mal kurz reinschreiben. Ich fische das dann da raus, dann mache ich eine Liste. Und dann kann ich euch heute Abend vielleicht schon sagen, wo ihr an welchem Team morgen spielt, wenn ihr mitmachen könnt. Das wäre so ein bisschen, wie das organisatorisch funktionieren soll. Die Mods vielleicht noch als Name. Das wäre wahrscheinlich ganz hilfreich, ne? Machen wir das nochmal schnell. Weil die müsst ihr euch vorher laden. Mods. Und zwar. Mit Bild. Okay. Der eine Mod ist Additional Effects Version English. Den müsst ihr haben. Continuous, Focuses, Hyper-Expanded müsst ihr haben. Und Expanded Resources müsst ihr haben. Das sind die drei Mods. Wer die bei Spielbeginn nicht hat, der kann auch nicht mitmachen. Also ist es nicht so schwer, die Namen einfach abzutippen und aus einem Workshop rauszuholen. Die heißen genau so. Und dann klickt ihr die an, macht alle anderen Mods aus und dann können wir einsteigen. So. Spielerzahl. Ich vermute mal, also das läuft ja eigentlich stabil mit einer hohen Spieleranzahl, das Ganze. Ihr könnt euch mal gucken, so zwischen 12 und 14 Spieler vielleicht. Dieser Umfang und dann eben, wisst ihr schon, Achsen, Allies und so weiter. Sonst keine Sonderregeln. Jeder stampft auf jeden. Das ist eine Dreiecksbeziehung. Da werden immer zwei auf einen stampfen. Ich sehe nicht, dass das sich jemals ändern wird. Und dann wird einfach Krieg geführt. Jo. Das wäre die ganze Geschichte. Wird das Ganze live übertragen? Ich weiß noch nicht. Am besten sind wahrscheinlich Video-Zusammenfassungen. Ich gucke mal, wie wir was hinbekommen. So. Und dann würde ich mich freuen, wenn viele Leute sich melden heute. Bis dann. Ciao, ciao.